Bonio meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, willkommen zurück zu einer Folge, die mich belastet, die mich weiterbringt menschlich, die mich runterzieht. Willkommen zu mir, willkommen zu allem, was ich jemals auf diesem Kanal gemacht habe. Willkommen zu Everything. Everything ist das Spiel, wo man alles machen und alles werden kann. Wir starten dafür mal. This game belongs to Polis. Okay. Wer ist die to move? Okay, ich bin ein kleines Licht. Oh, das ist ja dreidimensional. X zum Denken. Was soll ich machen? Hm, jetzt habe ich gedacht. Kann ich noch mehr denken? Guck mal, das ist wie mein echtes Leben. Oh. Kontrolliere ich das? Ja, anscheinend, ne? Oh, da kommt ein bisschen mehr. Oh, jetzt komme ich rein. Ich denke noch mal nach. Ist das der Anfang? Ich hoffe nicht. Was passiert? Ich kann nicht mehr... Wow! Okay. Bewege ich mich jetzt noch? What the fuck? Okay. Muss ich da drauf? Was kann ich tun? Hallo. Hallo, mir große Fan. Große Fan von dir. Ich bin ein Polarbär. Ui, 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 ui. Oh. Du bist ein Polarbär. Hallo, Hirsch. Hallo, Erdmänn... Ah, Pinguine. Hallo, Pinguins. Was geht? Komm her. Ich spuck dir das Auge und blende dich. Pass einfach mal da hinten hin. Da ist eine Wolke. Oh, Digga, das ist wie GTA. Nur krasser. Wow! Mumut! Hallo, Mumut! Das ist aber alles hier viel. War das nicht gerade eben nur noch eine kleine Wald? Egal. Gut. Äh, ich gehe mal kurz hier. Hä? Das hat sich ja geändert. Habe ich mich gerade tatsächlich mit dem Baum unterhalten? Ich habe mich tatsächlich gerade mit dem Baum... Was ist denn los? Entschuldigung, bitte. Hallo. Guten Tag. Kann ich auch mit dir reden? Ah, okay. Ah, guck mal, das Ding. Hallo. Hi, Ponis. Äh, ich habe dich gefunden. Wir haben auf dich gewartet. Ich bin zu diesem Icon gegangen. Das war wohl richtig. Wir zeigen dir, was du tun kannst. Wie ich alles navigieren kann. Also, die Bobbelteile, wo ich gerade hingegangen bin, die anlocken irgendwelche Dinger. Okay. Nochmal dahin. Ich will mehr Dinger. Oh, das glänzt. Glänzt. Das glänzt ja so richtig. Das ist ja fantastisch. Hallo. Warum steht ihr alle? Entschuldigung, aber, also, ich muss mal kurz betonen. Oh. Wie genial dieses Spiel ist. Hallo. Alles hat ein Zeichen. Okay. Okay. Und so kommunizieren wir. Ah, ich kann jetzt mit Space halt so signen. Und das muss ich zu anderen Tieren machen. Hallo. 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 Tschüss, Dinger. Wisst ihr, was mich das erinnert? Okay. Wo ist der nächste Bobbel? Ich will mehr können. Ich will mehr können. Los. Guck mal, Mini-Puller mehr. Da oben ist noch was. Da oben ist noch ein Skill. Hallo. Ach so, Scheiße. Oh, hallo. Wow, wow, wow. Okay, die war ein bisschen aggro. Wow, der ist total. Hallo. Ich bin ein Teil von ihnen. Tag 333. Die Elefanten haben immer noch nicht gemerkt, dass ich ein Teil von ihnen geworden bin. Oh Gott. Oh Gott. Ich bewege mich von alleine. Ich mache nichts. Alles gut. Es wird echt immer ein bisschen abgefahren, ey. Hey, jetzt ist das Ding schon wieder da hinten? Das war doch gerade eben da oben auf dem Berg. Bitte geh nicht weg. Bitte geh nicht weg. Bitte geh nicht weg. Ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich komme sofort. Schnell, 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 schnell. Ist das das Mammut, was die Quest ist? Hallo? Mammut? Ah, tatsächlich. Hi. Und es ist total cool, dass ich jetzt hier angekommen bin. Und die Polarbären sind alles nur Reflexion von mir. Okay. Okay, V. Polarbären waren hier hinten. Ich zoome nochmal kurz meine Crew. Da ist ein Polarbär. Da ist ein Polarbär. Und? Seid ihr bereit? Ich habe eine Gang, Mann. Ich habe eine Gang. Jo, was geht, Jungs? Komm bitte mit. Wir machen jetzt eine dicke Gang. Ich bin der Master Polarbär. Niemand kann mich stoppen. Hallo? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Welcher war ich? Hallo, da ist noch einer. Bär. Digga, wir machen alle platt jetzt. Was geht denn? Wir nennen uns... Komm, wir nennen uns cool, Jungs. Wir nennen uns wie... Äh... 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 Was muss ich tun? X. Okay, ich kann Polarbären freilassen. Jetzt habe ich einen freigelassen. Das ist natürlich doof. Ich will ja eigentlich eine Gang. Ist der jetzt für immer frei? Ne, der ist wieder dabei. Hä... 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 Wo ist das nächste Ding? Wir brauchen mehr Macht. Ich habe jetzt mal alle wieder entlassen. Jetzt bin ich wieder alleine. Hallo? Ich bin wieder alleine. Sieht aus wie jemand, der allein ist. So. Hallo? And everybody sing. Wap. Wap. Warte, das ist ein neues Ding. Neuer Skill. Neuer Skill. Neuer Skill. Neuer Skill. Will mehr können. Schnell. Wir müssen das lernen und dann können wir mehr kontrollieren. Los, 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 los. Was kann ich... Es geht um kleine Sachen, die hier neben sind. Um Perspektive. Es scheint um Perspektive zu gehen. Okay, was muss ich machen? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist denn mein Bär hin? Ich will wieder einen Bär. Was bin ich denn jetzt? Och nein, jetzt will ich eine Blume. Was kann ich denn jetzt machen? Ich kann mich bewegen als Blume. Heilige Scheiße. Was passiert denn hier? Das ist ja schlimmste... Oh. Ey, ohne Mist. Ich glaube, so fühlen sich heftige Drogen an. You are Poppy. Open Flower Category. Ich will nicht Poppy sein. Ach du Scheiße. Wo geht denn gerade die Reise hin, Leute? Ich bin jetzt im Wasser. Okay, da ist was. Da ist was. X. Neuer Skill. Ich habe neue Perspektiven kennengelernt. Ja, okay. Größeren View hätte ich gerne. Also mit Rechtsklick kann ich wieder größer werden. Ich will größer werden. Ich muss hier weg. Da. Oh, ich habe was gemacht. Oh, ich bin wieder eine Schubkarre. Alles gut. Weil ich kann noch größer werden. Ich kann Baums werden. Kann ich auch Bäume anheuern? Ich bin zwei Baums. Okay. 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 Wenn wir kommen, seid ihr Opfer tot. Wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, seid ihr Opfer tot. Wenn wir kommen, gibt es eine Massenschlägerei. Wo sind meine Buddys? Wo sind meine Buddys? Boah, ich bin voll der heftige Nadelwald. Was geht? Nadelwald MC wieder am Start. Alles klar. Junge. Was ist denn los mit das Welt? Hi, Leute. Oh Gott. Ich kann noch mehr werden. Was bin ich? Ich bin keine Insel. Ich kann doch keine Insel sein. Hallo. Ist das denn mein Ernst? Hallo. Kann ich neue Inseln anheuern? Hi, Leute. Man kann auch noch größer werden. Man kann noch größer werden. Warte, warte. Ich hatte es gerade. Oh Gott. Ne, jetzt bin ich die Insel. Oh Gott. Oh, ich habe mit einer Insel Liebe gemacht. Digga, ich mache Europa. Ich kann eigentlich die ganze Welt verändern und so. Hallo. Ach du Scheiße. Ich bin größer geworden. Oh, nee. Oh, nee. Ich bin die Erde. Oh, nee. Ich bin die Erde. Das ist nicht gut. Hallo. Hallo. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh Gott. Jetzt bin ich die Sonne. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Aber die sind doch schon meine Friends. Wenn ich die Sonne bewege, dann könnte ich doch jetzt gar nichts anderes mehr machen. Hallo. Mehr als das geht ja nicht. Ich kann jetzt ja keine Galaxie mehr werden. Ich kann noch größer werden. Oh mein fucking Gott. Ja, genau. Was ist das denn jetzt? Kann ich nicht die ganze Zeit Leute dann belächeln? Hallo, Galaxien. Ich bin auch eins, Galaxie. Lol. Ich war mal ein Bär. Jetzt bin ich eine Galaxie. Thema zunehmen. So, okay. Was zur Hölle ist das denn? Und was bin ich jetzt? Hallo? Ist das der Tod? Oh Gott. Was kann ich denn werden? Kann ich nochmal größer werden? Was ist das? Klingel. Ich mach einfach größer. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein Molekül. Ist das klein geworden? Groß geworden? Was genau? Ich kann nicht größer werden. Doch, da, 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 da. Ha, ha. Staubkorn. Was bist du denn? Waren wir nicht gerade das Universum und jetzt... Hallo, X. Der wird... Der heiratet morgen? What the fuck passiert hier gerade? V? Kann ich euch anheuern? Oh, ich kann wieder größer werden. Hä, jetzt bin ich wieder eine Kakerlake? Das wiederholt sich doch alles nur. Hallo? Ich bin 1 Kakerluk. Guten Tag. Ja, schön, Sie kennenzulernen. Kann man da durchgehen? So, jetzt bin ich ein Blatt. Blatt kann sich auch bewegen. Kann ein Blatt auch fliegen? Ich schwöre es euch im Namen Gottes. Ich hab wieder eine Gang. Ich hab eine Gang. Ich bin Tulpengang. Was geht? Was geht? Was geht, Leute? Was geht? Digga, was geht? Hä, aber jetzt sind wir doch nur auf einem anderen Planeten. Das macht mich fertig. Leute, wenn ihr mehr von allem sehen wollt... Da gibt's Affen! Wenn ihr mehr von allem sehen wollt, dann... Ich will nicht das werden. Ich will ein Affe werden. Hallo? Was bin ich denn? Baums? Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, wenn ihr noch dabei seid. Ich bin auf jeden Fall Baums. Warte, Freunde, Baumsfreunde. Hallo? Warte, ich rede jetzt einfach mal mit so einem Ding. Hallo? X. Okay. Alles klar, da redet jemand. Ich muss gehen. Tschüss, tschüss, tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.